Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Conviction Wir waren hier stehen geblieben und jetzt haben wir den black arrow offizier zu verhören ich habe die nummer schnell ausgeschaltet die ganzen leute damit ihr nicht so viel zu sehen habt immer hierher zum baumstumpf das da drüben ist ein emp waffensystem wie schalte ich es ab ich weiß nicht selbst wenn ich wüsste würde ich nicht sagen sag mir was ich wissen will das tut weh hör auf meine zeit zu verschwenden wenn du es nicht weißt wer dann wissenschaftlerin princess hat sie hergebracht im lager nach dem emp einsatz lässt man sie verschwinden sie weiß es was du nicht sagst also das muss weh getan haben okay wir haben ein neues ziel eigentlich war das nicht wir waren das sette okay hier scheint keiner zu sein da ist aber wer da ist einer da war ein oder hin ist noch einer ja die waffe habe ich auch mal ein bisschen aufgepimpt die hat okay das wollte mich sehr sehr blöd ich hätte jetzt nicht gedacht dass das so viele dritte sind na egal ich gebe es noch einen anderen weg eigentlich wollte ich eh nicht da lang hier sieht es gut aus hier sieht es eigentlich ganz nice aus da falscher knopf ich wollte doch eigentlich dagegen schießen lustig die zielperson muss hier sein wir müssen ihn ausschalten ja ja hier sind auch wirklich viele knickliche können nicht zerstört werden ja was was für knicklichter na wir stehen ja dreck okay ein bisschen weiter weg die denken ja der ist weg das schöne mal dieses hin und einfach noch mal hin und her hüpfen so und die denken nämlich einfach dann ich bin die ganze zeit auf der auf der anderen stelle noch so eigentlich nur noch der da hinten so ich habe andere waffe wenn du auch nö das ist natürlich uncool ich möchte die waffe nämlich gar nicht haben möchte mich meine wieder haben naja egal ah ne ich dachte wir können gerade berechtigen mitnehmen was haben wir denn hier nix was wir gebrauchen können so und dann hier runter wissenschaftler finden ja das ist noch unser ziel licht dimmen damit wir hier auch im schatten sind weil ich glaube das ganze licht ging ach nicht geht weiter mondlicht oder so ja wie blöd sind sie eigentlich dachten sie ich würde nicht merken dass sie die systeme sabotieren das möchte ich mir nämlich nicht ansehen ich möchte lieber hallo so nicht wenn er hier ist dann ist er hier um den fetten brummer zu deaktivieren und das geht am schnellsten wenn er hier lang geht oh die sind hier oh oh verdammt du bist hier ich spüre es es gibt schwierigkeiten ausschwärmen bereich nach suchen so geplant war das jetzt gerade gar nicht brauche ich gerade zwei kopfschüsse damit die sterben oder was wo wo sind da war glaube ich gerade der nächste kann das sein negativ kann sie das war jetzt echt gerade mies okay die sichtweise blöd entweder hat er uns gesehen gesehen weil er uns gesehen hat weil er richtig gesehen hat oder es war wirklich einfach nur purer zufall naja auf jeden fall sind wir mal wieder gestorben mal wieder fail time wenn er hier ist dann ist er hier um den fetten brummer zu deaktivieren und das geht am schnellsten wenn er hier lang geht dann sehen wir fischer noch früh genug wenn er hier ist kannst du mit dem reden ich für meinen teil knall ihn ab du kommst zu spät für sie zu spät um zu stoppen was geschehen wird ja ja hört mal auf sie durcheinander zu erzählen leute ich glaube nicht nicht dass sie hier lang kommen müssten sehr kriechen da ist der nächste der erste gewesen sei ich doch da kommt der erste kontakt da ist jemand im kanal das hat keine ziele aktivitäten im bereich vor mir als wir die position hier stimmt was nicht sieht nach einem hinterher ok wir warten hier es ist ja warum jetzt nicht wie es aus den zwei kopfschüsse das ist auch leicht und cool position halten mal sehen was der gegner als nächstes macht ja meine rate schmeißen weg ach quatsch darauf wie kommst du nur darauf dass ich aus euch abgesehen habe ist auch vollkommen vollkommener stuss so wo sind sie jetzt ach hier hätte ich auch rüber gekonnt ah ok ist hier noch irgendjemanden muss noch irgendwo einer sein ich bin eigentlich ungern fallen lassen so lange ich mich nicht sehe das ist nämlich echt blöd ok es gibt gibt nur diesen einen weg hier ich bin auch fast tot das gefällt mir nicht position halten so ah ja war ja klar der zieht genau hier her das ist ja völlig uncool negativ Zielbereich nicht sicher position halten so netter versuch idiot position halten wir warten hier auf ihn ach schnell lang pürschen und schnell doch ja nah dran bin da ist der nächste nein 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 aber sie wird auch nicht sterben nein position halten wiederhole position halten lass die spielchen sonst durch löcher ich sie verteilen wir warten hier auf oh fast an wow glaub ich hab ihn er ist da drüben halt wir warten hier auf das ziel äh ja ja so bringen wir jetzt gerade ehrlich gesagt aber auch nicht so viel kopf runter sag scheiße du kannst nicht mehr so alle tot gut ich weiß nicht wer sie sind und was sie hier wollen aber danke die die wollten mich ich etwa 100 meter von hier wurde eine emp waffe aufgebaut sie soll heute nacht aktiviert werden wie verhindere ich das gar nicht es gibt zwei generatoren sie werden aktiviert laden das gerät auf und dann erfolgt die entladung der haken wenn einer der generatoren die aktiviert wird verursacht der andere sofort eine entladung und einer reicht aus umzufeuern dann muss ich sie also gleichzeitig deaktivieren ja sonst geht es schief sind sie allein dann können sie es nicht schaffen sie glauben gar nicht was ich alles kann verschwinden sie hier wird es gleich ungemütlich schon sehr bald wird es überall ungemütlich ok das klingt natürlich nicht so schön zwei generatoren gleichzeitig super erstmal recht große so größere wir haben 400 punkte hätten wir zwei sachen können so ich hätte erstmal gerne meine waffe wieder so krass auch wieder alles aufgefüllt sehr schön ok zwei generatoren finden gleichzeitig ausschalten klingt wie danach c4 da fing es dann an etwas kompliziert zu werden Sarah wurde aus welchem grund auch immer misstrauisch ich konnte sie dazu überreden in den hubschrauber einzusteigen und sie zu sam bringen aber die gleichung hatte zu viele unbekannte und sam hatte keinen blassen schimmer davon was ihn erwarten würde eine markierung der generatoren damit man sie aus der luft vernichten konnte das war dabei noch die leichteste übung wo also luft angriff wo natürlich sind wir auf der anderen seite na klar natürlich kommen die jetzt auch alle raus na klasse das ging schnell das ging schnell das ging schnell wow viel ist im abschnitt viel ist im abschnitt ich sehe hier gar nicht naja los komm schon so weg tja dann weiß ich man auch nicht ok das rohr geht dann nirgends wohin was uns wirklich weiter bringt klasse man macht ja noch so viel lärm hier ist dunkel gut oh gott wo kommt der denn her gut 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 geh mal weg zack so das war jetzt echt grade knapp das war knapp sag ich euch die und ihr flugplatz so den haben wir auch so weit kommen wir nicht du doch und diese ganzen scheine aufgeben wir so ein bisschen auf den zünder der sitze vorne bleiben wir hier stehen ich mache feiern für heute ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe ihr hat spaß wenn ja däumchen hoch und beim nächsten wieder einschalten auf jeden fall und ja bis dahin macht gut